Das sind die Rhein-Rassigen, das ist ein Mischling. Das macht so ein großer Unterschied. Schau mal! Na so was! Bring den Ball! Ja, ganz lieb! Ja, ganz lieb! Das ist so schrecklich! Bring den Ball! Wir spielen, Malina! Spielen, Malina! Spielen! Spielen, Malina! Sie mag denjenigen ganz gern! Ja! Gut, Patti! So ein Spielkammerat! Ja, grüß Gott, Kampatt! Ist es jetzt ein Mädchen oder ein Mangel? Ein Mangel! Ein Mangel! Ja, ja, ja! Ah, okay! Ja, es ist Pflicht, ja! Wenn sie Socht haben... Ja, das ist Pflicht, ja! Das ist für Ungarn! Ah, schön! Das ist für Ungarn! Sie fallen hier immer ihre Stecken auf! Und bringt dann irgendwas zu! Das ist Puska, Puska! Meine ist auch eine gerettete Hündin! Die habe ich ja seit vierter Lebensjahr. Ja, ja. Ja, wir wollten zuerst keine mehr, wahrscheinlich die Frauen. Das ist so leer und eigentlich wollten wir einen Älteren. Das war nicht so einfach, weil Timmy, hey, entdeckte Kleinen, die uns gerne auch einbringen. Ja, ja, ja. Ja, manche Großen auch. Ja, eben bei einem großen Haus immer. Und man da hier drinnen denkt man, man geht ja eh damit.